Hallo, Herzlich Willkommen, ich bin Sam Tex Wookie und ich zeige euch Need for Speed, jetzt bezwinge Eddys Challenge Nummer 12 ist das glaube ich und ja die Eddys Challenge zum Schluss werden die schon richtig schwer, ich habe dafür bis ich es geschafft habe ein paar Autos verkaufen müssen, dass ihr das Geld kommt zum Tunen, aber der Nissan GTR fährt ja richtig klasse, schaut es euch an, der rutscht und schlittert und fährt trotzdem noch klasse, also der ist richtig gut, vorher bin ich mit dem Lamborghini gefahren, was ist es, LP720 irgendwas und der Nissan hat sogar ich glaube noch 180 PS mehr wie der, also die sind beide weit über 1000 PS, 1000 PS, aber der Lamborghini konnte nicht mal dual fahren, aber schaut es euch an, also der rutscht und schlittert kontrollierbar, also der ist brutal krass, also das Auto holt euch das GTR und mit dem schafft ihr fast dieses Rennen, eigentlich reicht fast das eine Auto vielleicht noch zu driften, aber da gibt es ja dann von der Kampagne her verschiedene Autos, wo ihr kriegt, aber hier, wer das Rennen zuvor gesehen hat mit dem Lamborghini, also da bin ich mehr Autos guter gefahren, aber das hier ist immer richtig, fast mehr rückwärts wie vorwärts, ich hoffe es hat euch gefallen und bezwinge, bezwinge Eddies Challenge nach 12, hier wird erledigt, ja, ähm, haut rein, ciao, viel Spaß noch, euer Wookie. Vielen Dank.